hallo liebe motorsportmagazin.com freunde und formel 1 fans stammzuschauer werden sich jetzt fragen ist denn heute schon sonntag habe ich das rennen verpasst warum normalerweise gibt sonntags ja immer die vlogs aus dem hotelzimmer während des restlichen wochenendes aus dem media center oder aus dem fahrerlager hier in mexico ist ein bisschen anders machen spät dran ist es draußen relativ dunkel media center auch extrem dunkel dazu schlechte internetverbindung deswegen müssen wir sowieso zurück ins hotel um das ganze hochzuladen also deswegen ausnahmsweise direkt aus dem hotel aber nein es ist eben noch nicht sonntag sondern freitag trainings freitag aber auf den haben wir natürlich ganz gespannt gewartet wir wollten sehen wird red bull der favoriten rolle gerecht wie schlägt sich mercedes und es gab natürlich auch noch ein paar andere sachen zu besprechen fangen wir mit mercedes an die lagen erst einmal vorne im ersten freien training da haben sich vielleicht manche schon gedacht oh ist red bull vielleicht doch nicht der große favorit hier aber nein erstes freies training wir haben seine letzten an den letzten wochenenden schon öfter gesehen dass mercedes da den motor schon mal hoch dreht und auch hier war es so die haben im ersten freien training den motor schon ein bisschen hoch gedreht red bull hingegen noch nicht deswegen waren sie vorne noch dazu erstes freies training extrem grüne strecke man hat es gesehen staub aufgewirbelt so was haben wir vor zwei jahren in mexiko auch schon gesehen wird ja nicht viel gefahren auf der strecke deswegen die vormittagssession die können wir mal ad acta legen wir schauen uns eigentlich nur den nachmittag an und da war dann mercedes hinten vierzehntel walter ripottas fünfzehntel lewis hamilton und die geschichte bei mercedes ist ganz interessant denn es wurde im vorfeld viel über den motor gesprochen wir haben es gestern in dem vlog schon erklärt es ist nicht nur der motor und andrew schovelin mercedes ingenieur hat auch gesagt na ja die power unit hat sich hier in der höhenlage eigentlich ganz gut geschlagen wenn man sich die sektoren ansieht ist es tatsächlich so dass die geraden nicht das problem von mercedes waren erster sektor ist ja der wo es am meisten gerade ausgeht da ist power gefragt und da war man eigentlich gleich auf mit red bull vielleicht auch motor modus noch ein bisschen aggressiver im zweiten freien training als red bull aber trotzdem die geraden der motor das ist hier nicht das problem von mercedes das problem ist tatsächlich der abtrieb man verliert in den kurven sektor 2 und sektor 3 ungefähr zwei zehntel jeweils und nicht nur der absolute abtrieb sondern auch probleme über die kerbs fahren also die aufnahmen sind ja durchaus spektakulär die man da hat vor allem im mittelsektor an den schnellen kurven da fahren die fahrer da räubern die ja richtig über die kerbs das ist ideallinie und das kann der red bull offenbar der rb 16b deutlich besser ab als der schwarze silberpfeil da hat man das richtige setup noch nicht gefunden aber man ist in einer zwickmühle also louis hamilton hat erst mal gesagt das auto fühlt sich jetzt nicht so schlecht an aber der red bull ist einfach schneller die zwickmühle ist aerodynamisch kann ich da nicht mehr viel machen der abtrieb der fehlt da kann ich nicht noch mehr drauf packen mercedes fährt schon maximum ist natürlich auch der höhenlage geschuldet haben wir gestern auch schon alles erklärt wollen wir an der stelle nicht mehr genauer darauf eingehen aber da ist man am anschlag da kann man nichts mehr machen da hat red bull einfach mehr in der schublade mehr abtrieb beim setup da kann man vielleicht noch ein bisschen kompromisse finden ein bisschen was über nacht im simulator machen dass man was findet wie man die kerbs überfahren kann trotzdem aber das auto nicht zu weich hat dass es aerodynamisch stabil bleibt trotzdem bodenfreiheit ist auch immer so eine sache dass man das alles noch perfekt haben kann die kerbs aber gleichzeitig trotzdem mitnehmen ist das jetzt das wahre bild vier bis fünf zehntel sekunden mercedes hinter red bull diese frage habe ich dann doch der helmut marco gestellt er meinte 45 also fünf zehntel nicht er so zwei bis drei zehntel louis hamilton hatte keine perfekte runde das stimmt wenn man die besten sektoren zusammenrechnet dann fehlen hamilton nur noch so circa dreieinhalb zehntel auf max fast abben noch dazu ist er dann die bestzeit auch oder die sektorzeiten ja auch nicht dann in der ersten schnellen runde gefahren auf den frischen reifen bottas ohnehin seine schnellste runde ich glaube erst im fünften anlauf also da war schon noch ein bisschen luft nach oben aber auch beim red bull war noch nicht alles ganz perfekt max fast dappen auch nicht die absolut perfekte runde hinbekommen realistisch schätzt dr helmut marco ungefähr zwei bis drei zehntel sekunden da die man in petto hat die man vorne ist ist eine schwierige ausgangslage trotzdem weil man muss es halt auch umsetzen und man hat da so ein bisschen bedenken und dann denken ein kleines deja vu vielleicht an bahrain da hat red bull ja alles dominiert alle trainingssitzungen qualifying fast vier zehntel sekunden vorsprung und am ende hat man das rein doch nicht gewonnen also man ist da inzwischen vorsichtig geworden trotzdem weiß man performancetechnisch sollte mercedes hier eigentlich keine große gefahr sein die größte gefahr die ist man selbst doch der mark hat gesagt technischer defekt das wäre natürlich der super aber das fürchtet man am meisten aber auch boxenstops turn eins ungünstige safety car phasen und was auch immer unter normalen umständen aber und das glaube ich können wir so festhalten ist max fast dappen nicht zu schlagen da ist red bull vorne long runs haben wir keinen wirklichen vergleich gesehen denn mercedes hat sich auf die harten reifen und ein bisschen soft konzentriert red bull ist auf medium gefahren ist es ein nachteil dass man keine soft reifen gefahren ist nein kann man an der stelle sagen die werden im rennen wahrscheinlich von den top teams auch nicht gefahren ein stopp rennen hart und medium also da können wir leider keine großen vergleiche ziehen ganz spannend wird natürlich was sergio peres macht denn max fast dappen der ist vorne weg jetzt haben wir gestern wieder darüber diskutiert ich habe gesagt ich finde die diskussion sowieso unsinnig ob was man machen würde wenn peres vor fast dappen wäre würde man dann eine steile regie machen was auch immer es ist aber so wie wir gestern schon angedeutet haben checko ist auch auf seiner heimstrecke deutlich zurück ihm hat eine halbe sekunde auf den teamkollegen gefehlt oder ein bisschen mehr sogar auch da nicht alles perfekt gelaufen bisschen verkehr gehabt und so weiter aber unter normalen umständen wird einfach nicht vor max fast dappen landen die frage ist wieder vor mercedes landen das ist das große thema das muss man red bull irgendwie schaffen um dann noch einen block rein zu bekommen am start und natürlich um mercedes mehr punkte wegzunehmen für checko erst mal gar nicht gut begonnen unfall im ersten freien training schon nach wenigen minuten mit dem heck eingeschlagen unterboden ist dabei auch kaputt gegangen jetzt beim triple header ersatzteile so eine sache da fürchtet red bull wenn dann noch mehr passiert dass die ersatzteile knapp werden könnten aktuell noch kein problem trotzdem natürlich alles andere als optimal immerhin viel trainingszeit haben wir nicht verpasst man konnte das auto dann noch während der ersten trainingssession reparieren und sergio perris ist möglicherweise gar nicht die einzige hoffnung die red bull noch hat dr elmo marco bringt auch immer wieder per gasli ins spiel denn auch alfa tauri zeigt sich hier stark ist aber doch über eine sekunde von der spitzenzeit weg auch da nicht alles perfekt gelaufen wenn man sich die long runs anschaut sieht man auch ganz optimal ist das nicht noch dazu muss man ja wissen oder bedenken dass alfa tauri am freitag meist schon ein bisschen mehr performance auspackt motor höher dreht bisschen leichter fährt als jetzt die top teams also ich glaube dass es eher wunschdenken von dr elmo marco aus eigener kraft wird alfa tauri wird per gasli da glaube ich mercedes keine schwierigkeiten bereiten am start ist es dann natürlich wieder eine andere sache aber rein performanstechnisch glaube ich ist das nicht so mega spannend zwischen red bull und mercedes gab es auch noch einen kleinen schlagabtausch respektive schlagabtausch war es nicht wirklich christian horner war heute in der pressekonferenz toto wolf nicht der hat im vorfeld in einem interview was gesagt darauf wurde christian horner dann angesprochen und ja da ging es so ein bisschen hin und her ein paar nettigkeiten wurden ausgetauscht aber ich würde das jetzt nicht zu groß hängen das sind einfach die üblichen stiche einem titelkampf und auch christian horner meinte da er nimmt das dem toto nicht übel der redet viel aber andererseits auch christian horner redet viel und von seiner seite gibt es auch öfter mal nadelstiche also ich glaube das thema können wir ad acta legen ad acta legen können wir aber nicht teamchefs an sich denn da haben wir in der neuen print ausgabe in motorsportmagazin nummer 81 einen großen check wir haben uns alle teamchefs angeschaut haben sie bewertet nach verschiedenen kategorien auf jeden fall lesenswert sehr sehr spannend und gibt auch vielleicht mal den ein oder anderen einblick den man sonst noch nicht so hat über die teamchefs dann müssen wir auch mal wieder über sebastian vettel sprechen der kam in letzter zeit ja vielleicht ein bisschen zu kurz sportlich gab es auch nicht so viel grund über ihn zu sprechen hier sieht es ein bisschen besser aus platz 9 im zweiten freien training er war relativ zufrieden als aus dem auto ausgestiegen ist gab einen kleinen lapsus von ihm im zweiten freien training also an der falschen box angehalten hat ist dann durchgefahren und zu seinem eigenen team weiter hat das sehr suffisant am funk auch kommentiert also er konnte über sich selbst da lachen passiert immer mal wieder aber es sieht dann trotzdem immer wieder einfach auch lustig aus trotzdem sieht ein bisschen besser aus mehr als top 10 ist aber dann realistisch gesehen nicht drin normalerweise für aston martin auch wenn man mal verhältnismäßig gut aufgestellt ist mercedes red bull braucht man nicht darüber reden dann normalerweise auch ferrari mklaar darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen alfa tauri naja yuki zunoda der kriegt auf jeden fall eine grid strafe der sollte kein problem sein für sebastian vettel viel weiter vor wird es aber dann höchstwahrscheinlich auch bei ihm einfach nicht gehen obwohl ferrari ein bisschen mehr probleme hat als ursprünglich erwartet denn da ist man ja angereist und hat gesagt diese strecke liegt uns deutlich besser als jetzt zuletzt austin und in austin war man ja schon stark hier sah das alles andere als optimal aus charlie claire ist ähnlich wie sehr choper ist auch abgeflogen im ersten training im zweiten training dann carlos seins auf p5 le claire auf p7 ein paar motor probleme am ende noch gehabt bei le claire aber auch balance und performance die war jetzt nicht so überragend dass man sagen könnte der optimismus der letzten wochen war gerechtfertigt für dieses rennen jetzt hier also da kämpft man schon richtig ordentlich gegen alfa tauri ist möglicherweise sogar hinten dran also der angriff auf mercedes und red bull da braucht man gar nicht drüber reden da braucht man sich keine illusionen machen mclaren das ist die gute nachricht aus ferrari sicht zumindest die haben aber noch viel mehr probleme das war auch nicht ganz unerwartet bei mclaren die wussten diese strecken charakteristik die liegt ihnen nicht so hundertprozentig es hat sich dann bewahrheitet bei daniel ricardo noch größere probleme mit dem getriebe deswegen haben wir da nicht gesehen was da drin ist bei landon norris der ist ein ganz komisches programm gefahren ist die soft reifen ganz am anfang vom fb2 gefahren was normalerweise etwas unüblich ist da bin ich mal gespannt ob vielleicht noch ein motorwechsel kommt und eine gridschstrafe das sah fast so aus und bei ihm erwarten wir sie auch die ingenieure bei mclaren haben sogar ausgerechnet überhol technisch wäre es hier besser zu nehmen als in sao paulo kann ich nicht so ganz nachvollziehen aber wenn die ingenieure das sagen dann ist das wohl so also da vielleicht wenn das video online ist wissen wir schon mehr von mclaren sahen wie gesagt nicht überragend aus norris vielleicht jetzt ans ende des feldes ricardo der war ja zumindest in austin wieder in form jetzt also nicht viel gesehen ein kleines fragezeichen muss man trotzdem noch dahinter stellen denn mclaren ist ja dafür bekannt im freien training die motoren noch überhaupt nicht aufzudrehen noch überhaupt nichts zu zeigen die frage ist wie viel kann da noch kommen sie haben aber selber gesagt sie sind einfach nicht zufrieden mit der balance im auto das passt einfach alles nicht nicht den grip gehabt den man gerne gehabt hätte also das ist alles nicht so optimal kulisse zu der braucht man glaube ich gar nichts sagen da freue ich mich jetzt richtig war heute am trainingsfreitag schon richtig was los im foro soul und qualifying da gehe ich davon aus dass es komplett voll sein wird bin gespannt was sergio perez da machen kann kann er die mercedes schlagen kann max verstappen eigentlich das machen was wir alle von ihm erwarten die mercedes ganz klar schlagen und distanzieren der druck ist natürlich da red bull kann nur verlieren vor allem max verstappen kann nur verlieren hält er dem druck stand hält das team den druck stand kann sergio perez die mercedes noch ein bisschen ärgern es bleibt spannend nichts verpassen unbedingt reinschauen bei motorsportmagazin.com